schieß steig aus oder schieß mach keine scheiße und außerdem ist es nicht ich weiß es ist aber wir brauchen geld für die für unsere familie deswegen irgendwann land ich ein und dann kriegt sein geld wieder wir brauchen das jetzt um schnell ebenso wir gib mir dann wie viel hast du wir brauchen uns wir brauchen als die familie viel nein 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 habe 500 dabei als ich nicht mehr als sexy fahrer auf zu lügen die gar nicht ich soll ich nicht jetzt kontrollieren dass ihr das nicht dürft wer sagt dass er sagt dass er kann der gerne mal in der bibel nachgucken ich bin nicht religiös jetzt und jetzt braucht keine bibel kollegen wollen wir gar nicht auf den start er ist muslim ja wir sind muslim wir haben koran koran könnt ihr auch gerne lesen steht alles der koran steht schon koran steht pferdeköpfe sollen uns jetzt geld geben ja ok das war gottlos ok war leib ja war leib ein war aber eib kollege wir wollen ja keinen stress machen wir wollen ja nicht viel abziehen 2k komm gib einfach nur 2k mach nicht mann mann hier einfach wir geben das ja auch irgendwann wieder wie wir kennen dich doch an deine an deiner schulgröße wir wollen doch nur familie und dann kriegst du es wieder aber wir brauchen nur geld für familie 2k nur 2k ich gebe euch nicht mehr geld ja wie viel hast du uns gegeben du hast nichts zu geben 500 nur 500 hat er ja gib mir 500 auch gib mir jetzt die 500 gib ihm auch 500 oder gib ihm deine kette kannst du entscheiden 1 von beiden die kette werde ich euch ganz sicher nicht geben also also hast du nicht 500 gehabt also hast du uns angelungen weil ihnen hast du 500 geben hier auch ja ja ok dann gib nochmal ich geb dir ich geb euch jetzt noch mal so ich geb euch jetzt noch eine chance ihr geht jetzt hier weg und lasst mich einfach weiterfahren und was wir mit oh und gehst du uns zur chance wir haben doch die waffe dann erschießt mich halt ey guck mal wird konsequenzen haben kann ich euch sagen hier ok wenn du jetzt wenn du jetzt deine Hose ausziehst und dann fährst dann darfst du gehen wenn du jetzt deine Hose ausziehst und fährst doch doch zeig mir dein Gesicht ok jetzt fahr jetzt geh mir fahr ja ok jetzt fahr zeig dein Gesicht fahr einfach fahr 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 ey sorry bruder aber muss sein ja auch so es ist es 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 Vielen Dank.